Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ihr seht, ich habe immer noch das Honda Fest T-Shirt an. Das liegt ganz einfach daran, dass ich jetzt am zweiten Tag das dritte Video jetzt aufnehme. Also ich habe gestern die Eintragung gemacht und das Scheinwerfer Video aufgenommen. Und heute mache ich den Rest vom Scheinwerfer Video und hier einmal ein Video wieder aus dem EO6 und zwar wie wir die Innenausstattung ausbauen. Das heißt, es wird langsam Zeit, ans Innere des Wagens zu gehen. Heute weiß ich nicht, was wir alles schaffen. Also ich denke mal, ich werde das an zwei Tagen machen, sodass ich heute quasi anfange, die Teile lose zu machen und schon mal schaue, dass ich alles gelöst bekomme im Sinne von, dass alles aus dem Auto bewegbar ist. Ja, dass ich morgen alles einsammeln kann und das Ganze in den Keller bringen kann. Wie ihr seht, hier sind auch noch die ganzen Sachen aus der Mittelkonsole und so, dass das alles einfach mal wegkommt, weil der EO6 sieht mittlerweile auch so von innen aus. Und ja, ich denke einfach mal, dass ich das jetzt alles langsam aber sicher in Angriff nehmen muss, weil ich habe mir jetzt auch noch eine Woche länger von der Uni freigenommen. Das liegt ganz einfach daran, weil ich ja die Existenzprüfung hatte am dritten, ihr wisst es ja, die ich übrigens bestanden habe. Und ja, ich habe mir vorher keinen Stundenplan gemacht, weil ich jetzt nicht wollte, dass ich dann quasi einen Stundenplan habe und dann doch nicht zur Uni gehe. Soll an dieser Stelle allerdings nicht weiter relevant sein. Ich würde sagen, ich fange direkt mit den Türtafeln an. Die habe ich beim EO9 auch schon mal ausgebaut. Das heißt, da geht das auf jeden Fall am schnellsten, weil ich weiß direkt, wo die Schrauben sitzen. Und zwar hier unter, also unter der Boxenabdeckung sitzen welche. Dann da oben sitzt eine. Hier drin sitzt, unschwer zu erkennen, eine. Es sind also ein paar Schrauben, die man lösen muss, um die Türpappen abzukriegen. Lohnt sich allerdings, ja, weil ich möchte die Hochtöner haben, die der EO6 aktuell verbaut hat. Heißt also, deswegen haben die erstmal Priorität, also die Türpappen, ja, sodass ich das alles schnell ausgebaut bekomme und schnell meine Hochtöner bekomme. Das heißt für euch wie immer eine Timelapse und ich lege da mal los. Das heißt, das heißt, die Türpappen abzukriegen. Unschall zu erkennen, Nummer 1 ist raus, ja also die Türtafel ist schon mal weg, jetzt kommt nicht Nummer 2 dran, sondern erstmal geht es im Inneren des Autos weiter, weil sonst muss ich den Wagen ganz rausschieben und das geht aus verschiedenen Gründen gerade nicht. Als nächstes muss ich deswegen die Rückbank dran glauben, ich habe die jetzt schon mal umgeklappt, man sieht hier diese Pins, die müssen einmal raus und dann kann man die, wenn das ist wie beim ER9, hier unten einfach abschrauben, ja und wie zu erwarten ist hier einmal ein Verschraubpunkt und da auf der anderen Seite ist auch einer, so das heißt ich hole einmal Werkzeug und dann geht es den Jungs auch direkt an den Kragen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, als nächstes ist der untere Teil der Rückbank dran. Wenn ihr den oberen Teil abgenommen habt, seht ihr hier diese Schraube. Die ist auch beim EO9, also beim Facelift auch dabei. Die müsst ihr abschrauben und dann die Rückbank nach oben ziehen. So, das sind also einmal die Metallstifte, die die Rückbank, also das Unterteil der Rückbank halten. Und unschwer zu erkennen, haben wir ein bisschen Geld gefunden. Da, da, unten und hier vorne. Da sieht man 10 Cent. Und für alle, die sich fragen, was das ist, das ist die Abdeckung der Benzinpumpe. Heißt also, wenn ihr auch da ran müsst, oder wenn ihr irgendwann mal da ran müsst, müsst ihr auch erst die Rückbank ausbauen. Übrigens habe ich diese schicke Mütze von Vladi gekriegt, der mir das Auto ja verkauft hat. Die hat er mir quasi geschenkt und ich spüre was, ich spüre was. Mein Name ist Vitali und heute baue ich aus Innenausstattung aus Civic. Ich habe gefunden, Geld, nur 3,19 Euro. Zu wenig für Wodka. So, blöd. Also ihr merkt schon, ich sollte die Mütze nicht allzu lange tragen, ja, sonst geht mein Russisch mit mir durch. Verdammt! Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe versprochen, die Mütze das ein oder andere Mal bei Videos zu tragen. Das werde ich natürlich auch tun. Einfach nur für den Entertainment-Faktor. Und nein, ich habe die vorher nicht sauber gemacht, nicht desinfiziert. Das heißt, wenn ich gleich einen Spinner auf dem Kopf habe, wisst ihr Bescheid. Ja, also, ähm, die Rückbank ist jetzt soweit raus. Die vorderen Sitze noch nicht, das hat auch den Grund, weil ich die jetzt sowieso alle nicht abtransportieren kann. Ähm, ich packe also die Rückbank gleich wieder rein, die Türpappe oben drauf, sodass das zumindest schon mal fertig ist. Und für euch wird es gleich sein, für mich wieder ein neuer Tag, wo ich das Ganze dann zu Ende ausbaue und in den Civic packe und quasi nach Hause bringe. Nichtsdestotrotz will ich hier gleich noch den Außenspiegel abbauen. Ja, weil, ähm, die Außenspiegel sind auch quasi schon verkauft. Und das heißt, ich muss dann natürlich gucken, dass ich die Teile nach und nach ausbaue, weil ich will ja auch damit quasi mein Geld wieder reinholen. Und die gehen übrigens, ähm, nicht weit weg. Ja, sie kriegt Philipp mit seinem Civic und das heißt, er kriegt noch den Kabelbaum dazu und dann sollte das ohne Probleme passen. Ja. Ja, für euch geht es dann gleich weiter, wie schon erwähnt. Und ich lege jetzt die Kamera beiseite und gebe noch ein bisschen Gas, räume hier im Auto noch ein bisschen auf. Und, äh, ja. Mache den Außenspiegel dann gleich noch ab. Und da verpasst ihr nun wirklich nichts. Da sind nur einmal diese drei Schrauben. Dann wird er rausgezogen, ausgesteckt. Habe ich ihn schon. Also ihr verpasst dann gar nicht so viel. Ja. Und zu der Motorhaubendämmmatte. Und dann musste ich die allerdings noch ausbauen, die Hutablage. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass das gar nicht möglich ist, ohne nicht die Seitenteile rauszunehmen. Damit ihr allerdings up to date seid, wie das funktioniert, erkläre ich euch das kurz. Also ihr müsst einmal, man sieht es hier, also ihr müsst einmal diese Metallführung, man sieht sie hier, vom Gurt abschrauben, ja. Die sitzt quasi da unten in dem Loch drinnen. Ähm, dann hat das Preface entgegen des Facelift Modells hier unten noch eine Schraube sitzen. Ja, und der Rest ist eigentlich, ja gut, hier ist noch eine Schraube von der Gurthalterung hinten. Und, äh, hier waren noch irgendwie zwei Clips dran. Ansonsten ist das Ganze einfach nur ziehen. Ja, ansonsten ist das Ganze einfach nur ziehen. Äh, zu euch halt hin und, ähm, ja, da vorne einmal so nach links rüber ziehen. Und was ich halt nicht wusste, ist, dass die Hutablage da mit dran befestigt ist. Also, dass quasi die Innenraumverkleidung einmal nochmal in die Mitte des Fahrzeugs gezogen werden muss, um so überhaupt die Clips an der Hutablage selbst lösen zu können. Ich dachte, die sei eigentlich nur aus dem Kofferraum unten mit diesen weißen Clips festgemacht. War allerdings nicht so. Ja, es hat mich natürlich selber ein bisschen gestört, weil ich euch das gerne noch gezeigt hätte. Ist jetzt leider so, ja, ähm, nur damit ihr ein bisschen up-to-date seid mit dem Fahrzeuginnenraum. Das heißt also, das ganze vordere Fahrzeug ist noch so weit zusammengebaut. Und, ähm, ja gut, bis auf natürlich die Türpappe auf der Fahrerseite, auf der Beifahrerseite, hatte ich das Problem jetzt mit der Schraube hinterm Türgriff. Ähm, ich habe die jetzt ein paar Tage einwirken lassen. Ich habe das Ganze von hinten mit WD40 angesprüht. Ähm, hoffe, dass das Ganze natürlich jetzt auch runtergeht. Und ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal, wenn es was Neues gibt. Ich hatte ja eben gesagt, ich hatte Probleme mit der Schraube hier im Türgriff. Mit der hier. Und ich habe das Ganze jetzt einfach so gelöst, weil die tatsächlich nicht abgehen wollte. Und ihr wisst ja, ich habe hier keinen Strom, ich kann nichts ausbauen, gar nichts. Und da ich das Teil nicht mehr brauche, habe ich es einfach rausgerissen. Ist zwar jetzt hinten, man sieht es, ist zwar jetzt gebrochen, ja. Aber, ähm, landet wahrscheinlich eh auf dem Müll. Und, äh, von daher ist das gar nicht weiter schlimm, weil, wie gesagt, landet wahrscheinlich eh auf dem Müll. Ähm, aber so habe ich die Möglichkeit, wenigstens die Türpappe schon runterzukriegen. Und, äh, damit verbunden natürlich auch den Außenspiegel schon langsam abzukriegen. Und den, äh, Hochtöner, sodass quasi die Tür schon mal nackig ist. Dann muss ich nur noch die Motoren von den elektrischen Fenstern ausbauen. Und den ganzen Kabelbaum dazu, weil das Ganze wird dann quasi auch schon direkt weiterverkauft. Also, von daher ist es quasi schon super viel verkauft. Es muss nur noch super viel ausgebaut werden. Ähm, deswegen gebe ich noch ein bisschen Gas, gucke, dass ich die Türverkleidung rauskriege. Und dann den Hochtöner und das Spiegeldreieck. An dieser Stelle soll es das schon fürs Video, also mit dem Video gewesen sein. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen, ihr wisst es ja. Und lasst gerne ein Däumchen da, Kommentar abonnieren, ihr wisst Bescheid. Und schaut auch gerne die anderen Videos, denn in mir ist aufgefallen, dass irgendwie die Views momentan so ein bisschen zurückgehen. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ähm, ich mache sonst auch nichts anderes als sonst auch. Also was jetzt die Verbreitung angeht. Ähm, deswegen, weiß ich nicht. Sonst lasst gerne einen Kommentar da, wieso, weshalb ihr denkt, dass das so ist. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Äh, dann geht es übrigens immer noch weiter mit dem Innenraum vom EJ6, also nur damit ihr Bescheid wisst. Weil das ist jetzt quasi Teil 1, aber es folgt noch Teil 2, weil... Das da muss noch alles raus. Bis denne, tschüüüü.